Die Miliz hat einen Kontrollpunkt in Chinatown. Zeit ihn zu beseitigen. Die Miliz hat einen Kontrollpunkt in Chinatown. Alle Stilleute unvorbereitet. Dieser Fackling. Wenn er das bei mir versucht, wird er sich ja mal wundern. Dafür muss ich mir nicht mal die Hände schmutzig machen. Diese Waffen reichen schon, den mache ich fertig. Nicht, dass ich etwas gegen einen spannenden Nahkampf hätte. Wer nicht steckt. Sir, Ihr Angriff hat den neuen Kommandanten der Miliz alarmiert. Der Nachfolger des Arkham Knight. Er ist von der streitlustigen Sorte und verleimt die beiden offenen Kanal, mit Ihnen zu sprechen. Geben wir ihm, was er will. Sehr wohl, Sir. Schön, dich wiederzusehen, Batman. Ist eine Weile her. Slade. Codename Deathstroke. Und ich habe einen Auftrag. Nun, wie ich mich erinnere, sagtest du mal, ich mache dir keine Angst. Aber unser gemeinsamer Freund, der Arkham Knight, der denkt anders. Er kam zu mir, sagte, ich wäre der zählste Bastard, gegen den du je gekämpft hast. Der Knight ist fort, Slade. Du bist ein Söldner ohne Job. Nicht ganz. Ich habe meine Bezahlung diesmal im Voraus bekommen, was mich als Profi verpflichtet, den Job abzuschließen. Ich habe meine Bezahlung diesmal im Voraus bekommen, was mich als Profi verpflichtet, zussa. Ich habe mich als Profi verpflichtet, wie ich meine Bezahlung hier verpflichtet habe. Oh Glaub nicht, dass du gewinnst, Batman. Du kämpfst dich nur immer weiter zu deinem Tod vor. Die Waffe ist geklemmt. Ich komme dich holen! Wir brauchen den Neid zurück. Er kann uns helfen. Mal sehen, wie lange du ohne Feuerkraft auf dem Feld überlebst. Wir brauchen den Neid. Hey, Batman! Soll ich dich wählen? Ich leiste erst die Hilfe! Die Überlebung läuft! Du kannst mich nicht erwischen, Batman! Hier, das soll ich helfen! Mach auf! Ich leiste erst die Hilfe! Los, Batman! Schlaf schon zu! Litt mich! Ich helfe dir mal! Komm schon! Schlaf zu uns! Weich nehm mal aus! Fang! Zeig für den Schock, Batman! Los, Batman! Schlag schon zu! Schlaf! Ihr sollst ihn aufhalten! Kontradin hier, du! Freeze! Bist du nicht mehr so stark, was? Versuch jetzt, mich zu schlagen. Ich war ich nie mal aus. Ich bring dich auf! Oah! 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 Whoah! Alex! Aah! Du bist nicht so gut, wie du erlaubst, Batman. Du hast schon lange keinen echten Kampf mehr bestritten. Du bist nicht so gut, wie du das machst. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du warst immer einer der Besten. Ich verspinde von hier! Du hast mein Sponsor gesehen, aber dieses Ding ist tausendmal moderner als alles, was die Spezialeinheiten haben. Ich verspinde von hier. Das ist ein Ding, der Dota ist. Der Dota hat den Drift! Scheiße, Kapok! Vielleicht ein Mann am Boden. Wenn ich sage, ihr Idioten sollt die Stellung halten, meine ich es auch so. Ich bin ein Schädel, ich bin ein Schädel. Ich bin ein Schädel. Ich bin ein Schädel. So langsam glaube ich tatsächlich, dass du den Mut hast, gegen mich anzutreten. Ich bin ein Schädel. 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 Wenn ich sage, ihr Idioten sollt die Stellung halten, ich meine ich es auch so. Keiner, auch nur eine Sekunde. Auf! Zieh, schnall dich gleich aus! Schöntgen! Ha ha ha! Ha! Oh! 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 Ah! 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 Das war's für heute. Oh! 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 Ja! Oh! 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 Es gibt noch viele Männer da draußen, die dich töten wollen. Es ist Batman! Immer! Los! Auf die Ge... Ich kann es sehen, Batman. Diese Männer rauben dir deine Kraft. Sie machen dich fertig. Und ich warte. Wo hat sich Batman versteckt? Es ist das, was ich glaube! Batman! Geht vor mir! Kann sein, dass wir gar nichts zu Gesicht kriegen. Gut, Fie... Man darf richtig endlich mal unser Training als Weltmann ausprobieren. So langsam glaube ich tatsächlich, dass du den Mut hast, gegen mich anzutreten. Der Stork wird es nicht lange machen. Du hast den Geld aus diesem Bastard hier. So schnell bin ich. Hätte ich gewusst, dass es Wayne ist, hätte ich nie mitgemacht. Mit jemandem, der so reich ist, legt man sich besser nicht an. Drei Checkpoints sind noch übrig. Ich werde sie alle ausschalten. Die Besatzung hängt am seidenen Faden, Sir. Glaub nicht, dass du gewinnst, Batman. Du kämpfst dich nur immer weiter zu deinem Tod vor. Oh! 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 Ah! Oh! 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 So, wer das stößt? Hm! Oh! 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 Zwei Checkpoints verbleiben. Sie haben keine Chance. Du bist nicht so gut, wie du glaubst, Batman. Du hast schon lange keinen echten Kampf mehr bestritten. Du bist nicht so gut, wie du siehst. Du bist nicht so gut, wie du siehst. Ein Checkpoint ist noch übrig. Zeit ist zu beenden. Wir vermissen sie nicht. An den letzten verbliebenen Kontrollpunkt. Macht euch bereit. Batman kommt. 15. Ich wollte Batman sehen. Lustig, wie sich die Dinge ergeben. 20. Ihr habt ihr euch. 10. Ihr habt ihr euch. Nichts mag ich lieber als Tiere sind... Nein! Oh Batman, du bist schwer zu töten. Erinnert mich an diesen Guerillakämpfer, der unsere Basis in Tropidor überfiel. Irgendwann haben wir ihn erwischt, seinen Kopf an die Wand genagelt. Letzte Chance, Slate. Verlasse Gotham. Jetzt. Das sehe ich anders. Du hast meine Checkpoints beseitigt gut. Aber die Stadt ist vermint und die Wachtürme haben den Himmel über Gotham abgeriegelt.